und willkommen zurück bei OMSI2 noch mal im Neuendorf heute auf der 301 vom Freibergering Richtung Bahnhof Neuendorf Hallo, endlich eine Tageskarte. Ja, eine Tageskarte. Wie gesagt, noch haben wir, ich habe ja gerade gesehen, wir haben ein bisschen Zeit. Hallo, einmal Kurzstrecke bitte. Und dann ist das 2, 3, 5. Ja, haben noch kurz Zeit, können auch mal eben eigentlich sagen, hier 50, 10. Und ja, dann geht es los auf der 301. Echt der überholt? Ja, ich bin nicht mehr. Wahrscheinlich gleich mit 0,2 Minuten Verspätung gestartet. Am Freibergering Richtung Bahnhof Neuendorf hier kreuzen oder gefahren nachher ein Stück zeitgleich mit der 311. Und ja, hier geht es dann gleich einmal links ab. Sobald die schöne Ampel wieder grün ist. Ich kann noch mal hier kurz reingucken. Ein schicker Bus, den wir da haben. Scheint wohl grün zu sein. Ja, wir sollten natürlich eine Ampel auch eigentlich so stehen, dass man sie noch erkennen kann. So, die erste Haltestelle ist der Glücksteiner Weg. Hallo. 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 Man kann sich immer noch nicht so ganz entscheiden, ob er mich überholen möchte oder nicht. Das ist dann halt so. Ja, diese Linie macht einen kleinen Schlenker kurz vor Ende. Da trennen sich kurz die beiden Wege und werden dann kurz darauf wieder... Genau, also der Freibergering ist sozusagen die Endhaltestelle. Jetzt sind wir bei der Johanna-Johann-Peter-Hebel-Schule. Hallo. Hallo. Und da wollen wir noch Verspätung haben und... Wenn wir keine Zeit zu verschenken haben, warten wir kurz natürlich noch an der Ampel. Ich nehme mir mal einen Schluck. Herr Neuendorf gefällt mir auch ganz gut, der Bus an sich. Und die Stadt auch. Ist jetzt nicht so das riesigste Add-on für den Aumsee. Also gibt halt auch viele Fan-Add-ons, die um einiges größer sind. Aber eigentlich an sich ganz, ganz nett gemacht. Nette Strecken. Und wenn man einfach mal... Ja, einfach mal in der Faktivenstadt was spielen möchte, die einfach recht schön umgesetzt ist, dann ist das eigentlich, finde ich das auch... Also wäre zumindest eine Möglichkeit. So, jetzt kommen wir zur Hochbahnstraße. So, jetzt kommen wir zur Hochbahnstraße. Oh, welch Glück. Gleich grün bekommen. Oh, jetzt scheiße. Jetzt gehört der, Leute. Ja, genau. Yeah, da riecht wir. Macht's doch besser. So, wenn mich nicht alles täuscht, gab's hier hinten eine Bus-Abbiegespur. Ja. Das täuscht mich nicht alles. So. Da wird auch schon das A angezeigt. Also sprich, ich wurde wohl schon erkannt, dass ich hier ein netter kleiner Busfahrer bin. Und dann hoffe ich, dass ich hier auch gleich grün kriege. Das ist ja auch eigentlich eine ganz nette, ganz nette Kreuzung. Ich finde es aber noch spannend, dass hier die Autos vor mir grün kriegen. Na, das sehen wir da vorne. Wir haben gerade grün. Wenn ich hier noch vor mich hin dümpel. Oh, jetzt habe ich grün. Wollte ich es natürlich auch nutzen. So, und wir sind bei der Braunschweiger Straße, die es auch, glaube ich, in fast jeder Stadt gibt. Gefühlt. Wollte gar keiner aussteigen. Hallo. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir überhaupt haben wollen. Aber. Oh. Ja, schon wieder, ne? Die Fahrer dieser kleinen weißen Autos sind ein echt Tierpaar. Die muss man echt ein Auge haben. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Bitte. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Danke. Du bist hier doch. Es blicke können wir auch ausmachen. Hier war der Tierpark genau. Hier hat die 311 wände. Da fangen wir jetzt zusammen. Machen schon ein bisschen verspät. Ich komme drauf. Wir sind gerade auf dem Weg zum Paulusplatz. Schön, dass wir gleich rufen, aber ich habe es halt eilig. Hätte ich vielleicht auch ein Stück weiter fahren sollen, weil so geht der jetzt ganz bequem. Hallo, hallo. So, weiter gehts. Ich habe immer ziemlich schnell gedrückt. Zwar schlüsseln. Spannend. Der rennt da vorne einfach mal bequem. In langsamem Tempo über die Straße. Die Tür hinten ist dicht. Ich wollte gerade mal kurz nachgucken. Ich durfte jetzt eigentlich rein zur Straße kommen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ich weiß, ich habe immer noch ein bisschen Verspätung. Heute kommt wieder ein Kollege. Morgen. Hallo. Guten Tag. Oder Mittag. Mal normal bitte. Dankeschön. Mal. Mal normal. Mal normal. Mal normal. Mal normal. einste haben sie probleme meiner meinung nach herrenbrücke so eine wunderbaren na da zuckert ihr euch gerade wieder lang hallo ja das ist auch so eine kreuzung was ich von der halten soll das ist der geradeausfahrer glaube ich kann sie nicht so ganz entscheiden wie er fahren möchte dann kann ich jetzt aber eigentlich schon mal einschlagen naja schön ist was anderes kann man sicherlich besser fahren ja dunaustraße und da geht es eine zeit zu verlieren Eine Minute zu spät, das ist ja eigentlich für mich momentan eine ganz nette Zeit. Hier geht es gleich um die Wilhelmsstraße. Ja, da würde ich mal ganz froh, wenn da vorne keiner steht, sonst müsste ich da wirklich, glaube ich, wesentlich besser rumfahren. Die Bonifazis Kirche kennen wir ja auch noch von der 300 erinnern. Das hat auch schön gestempelt, habe ich gesehen. Das heißt, so weiter geht es. Hier kommt jetzt der Südermarkt. Kennen wir ja auch noch von der 311 natürlich. Die reine Bushaltestelle. Ah, dann wird ja auch wirklich noch ein paar Meter vorhalten. So, Fuchsgänger haben noch, ah, gerade auf Brot gewechselt. Ah, eben einen Schluck trinken. Und auf Grün warten. Und wie üblich, mit Vollgas einfach rüber. So, ein Wunderwagen. Hallo. Guten Tag. Ach, so mag ich das. Kann da jemand noch jetzt aussteigen? Ja. Aber manchmal bin ich auch nicht so sicher, ob die da einfach nur aussteigen, weil ich die Tür aufmache oder... Ja. Ja. Was auch immer. Ja, noch. Ah, da ist noch. Na, ist noch grün für Fuchsgänger. Jetzt gerade rot geworden. Ja, komm schon. Ich habe fast zwei Minuten Verspätung. Kriege ich wieder vom Chef Ärger. Ja. Warte mal wieder welchen Becken, welchen, wenn du so weiterfährst. Dann wird das nichts. Deswegen nehmen wir jetzt hier auch mal wieder die 50er Zone, äh die 30er Zone. Ja. Ihr seht es ja. Nicht ganz so genau. So. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Da waren wir auch gerade ein paar von euch ein bisschen sehr früh, hallo wieder. Und ihr habt untereinander geredet. Geht doch mit mir. Mit eurem freundlichen Busfahrer. So, jetzt knüppeln wir ja nochmal wieder ein bisschen rum. Auch wenn es hier gerade keine Autos ist. Ich meine, wir sind ja eh auf der Fahrradstraße, aber das haben wir ja bei oben sie mittlerweile schon gelernt. Das stört zur Not. Die CPU ja nicht. Hallo. Eine Kohlstrecke bitte. Jo. Fahr ja schon viel Geld, Kleiner. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wird auch länger wieder schnacken, aber wir haben keine Zeit. Stadtgarten lassen wir jetzt auch schnell hinter uns. Dann kommt jetzt glaube ich der Ebertplatz. Genau. Dann kommt auch gleich Ende der, dann verlassen wir auch gleich die Route der 311. Ich brauche eine Kohlstrecke bitte. Dankeschön. Mensch, das steigen aber ganz schön viele ein. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Einmal bitte Kohlstrecke. Jo. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja. Einmal Tageskarte. Ja. Einmal nochmal. Upsa. So. Das ist ja richtig gut besetzten Bus, wenn ich mir das so angucke. Ja. Wirklich viel Platz ist da jetzt nicht mehr. Wirklich sind wir mal wieder ein bisschen auf die Kreuzung aufgefahren. Ja. Es passiert mir dann doch öfter mal, wenn ich mit der Maussteuerung halt doch mal ein bisschen was gucken möchte. So. Rochusbrücke. Ja. Und das ist die 301 ein Stück länger als die 311. Und wie gesagt, man hat eine gute Überschneidung, hat man auch bei den anderen 3002, 303 hat man's auch. werdet ihr in den nächsten episoden auch sehen dennoch finde ich sind die strecken trotzdem eigentlich beide wäre noch einfach mal sehr fahrenswert ich werde aber auch dort vermute wieder halt in die eine richtung fahren bevor ich habe immer noch grün du arsch weil ich zu spät bin bin ich auch böse genau insgesamt eigentlich finde ich ganz nett ich vergesse leider immer womit ich es gibt glaube ich auch eine taste um das um das geld entgegenzunehmen jetzt auch gleich mit vollgas weiter bahnhof 9 dort da sind wir auch schon bei der endhaltestelle ja das ist am anfang ein bisschen länger wenn ungefähr ähnlich lang und hier am bahnhof 9 wollen wir natürlich jetzt ja noch korrekt die leute abliefern ja genau kann sich gern beschweren tierpark freiberger ring ja das war es mit der linie 301 in neuendorf ich hoffe es hat euch so viel spaß gemacht wie mir und ich sag schon mal bis zum nächsten mal auf denn ich fahrern darf ja 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 das fängt ja gleich richtig gut an ups das fängt ja richtig richtig gut an da rammt mir auch noch der polizeiwagen ist gut dass dadurch darf er eigentlich nicht so lange brauchen das ist eine sehr gut das ist也是 ähn staffing das ist ein bisschen das ist nicht so das ist ein bisschen das ist ein bisschen